bist, was du von dir denkst. Deine Gedanken formen dein Selbstbild und sie beeinflussen auch deine gesamte Wahrnehmung oder überhaupt, wie du die Welt wahrnimmst. Und wenn du an die Fähigkeit glaubst, dass du Chancen in der Welt hast, dass du alle Hindernisse überstehen kannst, dann wird es auch definitiv eintreten. Wenn du aber eher in das negative Gedankenbild fällst, das heißt, wenn du Selbstzweifel hast, wenn du glaubst, dass du eben Dinge nicht schaffen kannst, wenn du glaubst, dein ganzes Potenzial nicht ausschöpfen zu können, wenn du glaubst, Barrieren nicht zu schaffen, dann glaubst du diese Richtung. Und dann wird einfach das in dein Leben kommen. Es heißt, es geht darum, dein Selbstbild zu gestalten. Du kannst wirklich aktiv daran arbeiten, dein Selbstbild zu erschaffen, indem du anfängst, dich selbst wirklich kennenzulernen mit all deinen Fähigkeiten. Vor allem, was du denkst, welche Glaubenssätze du hast. Und wenn du jetzt zu dir sagst, das habe ich alles schon gemacht, weil es ändert sich nichts, dann hast du vielleicht nicht den richtigen Schlüssel gefunden. Das heißt, fang an zu erkennen, dass du wirklich die Macht und die Kraft hast, mit deinem Gehirn und deinen Emotionen einfach so zu arbeiten, dass es dir dienlich ist. Und wenn du dazu jetzt schon einmal bereit bist, dann kommentiere auch gerne mit, ich bin bereit und ich schreibe dir dann, welche Möglichkeiten es gibt.